hey ho ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mini spiele wir spielen bad was mit dabei ist der liebe peta spielt und die zuschauer toddy und fabian aber die sind nicht im ts das ist lustiger genau die sind nicht im ts aber spielen trotzdem mit uns erst mal im pool warten ich mag die map nicht die christina die gönnt sich erstmal hier die blöcke hier ist die mitte so weit weg deswegen hat er irgendwie nichts mehr hallo es stirbt einfach das ist ja gut toddy ein bisschen in die mitte in die mitte baue hier in die mitte in die mitte ich habe einen jolt in die mitte und für die die immer noch unter den kommentaren fragen nein ich habe immer noch keine cam an weil ich habe gesagt ich will die kamera erst wieder anmachen wenn ich meinen neuen pc und alles habe weil ihr eh immer nur rum motzt warum ist die kamera zu klein warum ist sie zu groß ja weil dadurch dass ich mit dem handy aufnehme steht das hätten die nicht immer gleich weißt du dann habe ich immer kommentare warum ist die kamera so groß warum ist die kamera so klein warum ist sie zu hoch warum ist sie zu niedrig nein es ist ja das ist ja das ist echt also zahl was du hier abziehst man klaut der mir mein gold sag mal was soll denn das hast du nicht genug ein team hat sich noch gar nicht hingebaut das war blöd gerade von mir das andere ist in der mitte ja ich sterbe mit zwei gold peter muss das sein hat mal auf wir meinen scheiß zu geiern aber das ist doch man mir mein eiseln geklaut nein spaß und da ist ja ein eiseln gut ich brauch nur noch vier lehm hallo aktung da kommt schon welche geschrieben lustig die haben schon bögen da hinten nicht gut nix gut leute nix gut hier ist unser bett wenigstens zugebaut sonst war es das schon nein ist es nicht kristin nach warum die daunen schicken sie so easy manu hast du den gedowned ja klar du hast ihn getotet epic aber hier auf der karte wird in der mitte eigentlich viel zu wenig gedroppt oh ja oh ja ich bin in der mitte und ich will blau klar dass wir sind blau hallo ich auch das gott mann so fabian du sack alles bist du hier hallo 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 du hast noch drei spieler ich brauche noch ein bisschen gold ein bisschen gold ich bin ein armer sack ohne gold in der mitte wird triche kacke gedroppt hier nimm mal meinen goldpeter aber verlier das nicht ich passe auf dass hier keiner kommt geil jetzt habe ich noch nach einem drop hier gold und dann hole ich mir direkt einen bogen hinter dir hol einen bogen sind wir das überhaupt hier ja ja das sind wir lalala 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 hm 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 nein hier kommt überhaupt kein gold raus ey Nervt mich schon ein bisschen So Ich sah halt erstmal ein bisschen Achtung Voll daneben gejumpt Mit zwei Gold Läuft Aber wenigstens hab ich den Das noch weggeschnappt Ich hab noch gar nichts sinnvolles gemacht hier heute Ich sollte sich das Mal ändern Hier war doch gerade eins, oder? Ja, ich muss will Ich brauch nur eins, dann Ja, ich seh dich wieder nicht Achtung, grün kommt Wo? Ah ne, das ist blau Mensch, ich war schon bereit zu schießen, Christina Du mit deinen Falschaussagen hier So, hab genug Ich hab mal wieder gar nichts Ich hab noch nicht mal mehr So Muss ich mir mal ein bisschen was machen hier Sonst wird das hier nix Alle auf, Kel Schreibt der Gelbe Wo ist der Sinn? Ja, ist so Iso Wieder etwa einer, dass wir zu ihm kommen Und dann verkacken wir so Lol, lol Lex Einer hat das Bett diesmal zugebaut, irgendwie Oh, ich würd mal sagen, ich mach den Shader raus Ich hab grad keinen Bock mehr mit dem Shader zu spielen Lol Der Blume, oh wie süß Hier kriegst du den Kettenbrust Panzer, Level 1 Wo bist du eigentlich? Ach da Ich hab zwar Voll unnötig einen Goldapfel gekauft, aber Aimbot an Oh Gold, äh Grün Brüner, du wirst verlieren Oh Damn Ich hab zumindest schon mal ein besseres Schwert Ein besseres Schwert Putini Shit Hast gehört? Putini Ich hab den Was haben die? Quaqua Ich mach jetzt einen goldenen Apfel Ich hab goldenen Apfel Ihn tust Mach mir lieber erstmal einen Bogen Du vor die Dees Gold verplempfest Habe goldenen Apfel ihn tust, oh Dankeschön Fabian Wie nett von dir jetzt hab ich viel Gold Bullshit Shies ihn ab Er wird doch sterben Seid ihr schon in der Mitte, oder? Gelb kommt Inso mit Inso mit Mit Schies ihn ab Schies ihn ab Fabian Du stirbst doch hier zu Vollpfosten Ich wusste es, dass du stirbst Lol, 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 wir sind alle in der Mitte Alter, was geht ab? Da fordert sich, disputiert sich einer zurück? Die sind alle hier auf einem In der Mitte, in der Mitte, in der Mitte Wo? Wo denn? Hab ich grad getötet Wo denn? Ah, hier ist einer von Gelb Aber der ist auch tot Ja, genau, die Gelben kommen jetzt Er ist tot Bringt ihr mir zwei Gold mit? Bitte? Äh, ja Ich hab vier Gold, wenn du in die Mitte kommst Na, jetzt hab ich sechs Ich Ja, dann komm zurück Ein Gold hab ich für dich So, jetzt kann ich mich mal Eben, acht Oh Gott, rot Kommt die? Er ist hinter mir Oder auch nicht In der Bethesda Gut Dann mach ich mal hier, äh Entlang Der Base Bisschen sicher So haben wir eigentlich den Ender Chest hier stehen Hä? Damit die uns die Sachen nicht rausklauen Wenn die in unserer Base sind Damit sie sie nicht mobsen Richtig Oh lol, hab noch drei weitere Gold So Ups Ah, ich komm mir direkt hier Eine Spitzhage So Aus Ayrin Äh Das rum So Das lass ich hier Oh, nicer, nicer Er hat den Rotten getötet Der Faden Noch zwei Gelbe in die Mitte Der eine fliegt runter Oh Den anderen hab ich runtergeballert Sehr gut Die in der Mitte Die versuchen grad hier einiges Um Das Team Blau Auszuschalten Das Team Grün Töte sie Rot ist er Gut Toddy Ich würd mal sagen Dann versuch dein Bestes Und Töte sie Okay, da sind zwei Oh, die wurde von links getötet Oh nein Wo sind die denn? Auf jeden Fall nicht in der Mitte Ich bin in der Mitte gerade Oh Gott, da kommt einer von Rot Du tötest nicht Fabi Den hab ich schon mal runtergeboxt Wir haben alle Wir haben die Mitte eigentlich Wenn du in die Mitte kommst Und mit nem Bogen am besten Dann Haben wir die Mitte Gelb kommt in die Mitte, Peter Oh Gott Ey Der scheiß Camper Lol Gold Sechs Gold Gelb kommt Gelb kommt wieder Gelb kommt Gelb kommt Rot kommt auch Wie siehst du das? Ja, ich bin vorhin an der Belsensee Das hier rüberkommt Gelb ist hier Oh Gott Ich bin einfach fast da, ne? Dürfe Noch chillig So lange ist es noch chillig So, jetzt baue ich wieder hier so'n Bogenschützenturm hin Also wir haben einmal hinten einen kleinen Turm Bogenschützenturm Alter, Rot und Schwerk kämpft hier Grün Ach, das ist blau Grün kommt wieder Wer? Von South, wer ist das die rechten? Äh, die linken Gelb, ne? Ja Ne, andere Seite Wo? Kommt da jemand? Die haben auch einen Bogen Die haben auch einen Bogen Jawohl Ich bin wieder einfach runtergefallen Wie so'n Opfer, ey Das ist nicht normal Ich mein, mir die dümmsten Fehler Rot kommt in die Mitte Rot wird aber verlieren Locker Gelb, 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 gelb ist bei uns drinne Ja, unser Bett ist jetzt weg Laber nicht Ja Die passen wieder nicht auf, ey Scheiße Oh, überhaupt nicht gut Und Grün hat ein Bogen, äh, ein Eisenschwert Wie kommt der Gelbe denn wieder bei uns rein? Ich bin fast down, ich bin fast down, ich bin fast down, ich bin fast down Oh Gott Bei uns oben schon drinne ist der Achso Habt ihr da nix zugebaut? Weiß ich nicht Okay, ähm Dann versuch ich mal weiter hin, was zu reißen What the fuck? Ah nein Okay, dann Ja gut Zehn Gold Ich warte noch auf drei Und dann mach ich mir den stärksten Bogen auf jeden Fall Wo ist denn hier der Gelbe? Der ist weg Wo ist unser Bett? Zugebaut So So Jetzt mal, wenn ich mein Gold hier in die Enderkiste tue, ist es danach weg Das ist nicht viel Ja, ich brauch ein bisschen Gold noch In den Bö-Bist-Bow Ah hier, zwölf Gut, noch eins Dann sind wir sowieso gesichert Eigentlich einer von uns in der Mitte, ja Der Der Dings ist in der Mitte, glaube ich Nee, von uns ist keiner in der Mitte Der Fabi So Zack, zack, zack Mein alter Bow Da rein Dann hol ich mir noch einen Powder Ein Wachprovedere Und einen Erzendentrank Und dann geh ich wieder Alter, mein Hund denkt sich grad auch WTF Halt dein Maul Mach keine Aufnahmen So Ich bräuchte einen Bogen, dann könnte ich hier ein bisschen So, Sekunde Mach Einfach mal Mitten in der Folge Mein Ne, Tür zu Ich mach mal ein bisschen Gold endlich hier Hast du noch zwei Gold, Peter, oder hast du wieder alles verschwendet? Was ist, Christina? Hast du noch Gold, oder hast du wieder alles verschwendet? Ich hab noch zwei Willst du mir die geben? Du kannst dir den Bogen holen hier Willst du dir den schwächsten Bogen holen? Ja Ja, ich hab den schwächsten Bogen in die Dings gelegt Warte, ich hol noch einen Pfeil Jetzt kannst du kommen und den haben Kommen Oder bist du in der Mitte? Ja Ich kann in die Mitte kommen und dir den geben Ah, da bist du ja Ja, ich komm eh zurück, weil ich brauch Essen Zack, zack, hier Ich geh dann in die Mitte Und am besten Und ich schieß die links und rechts immer runter Ja, versuch das Wenn du es schaffst, das wäre nice Cool, unser Weg ist safe Das ist Hauptsache, dass unser Weg jetzt safe ist Ich hab mir da extra ein Dings gelegt Gelb LOL Totti So ein hinter Dings So ein richtiger Ähm, was wollt ihr jetzt machen? Einer ist drunter Essen Die sind beide fast down, ne? Ja Ich könnte jetzt grün ausschalten gehen Komm Beide, oh ja Alle von rot Ausgeschaltet Alter, episch Einfach nur episch Gelb ist auch fast down Lol, alter Okay, grün Nur noch grün Muss sterben Die haben aber alle noch betten, ne? Camper Grad geleckt Oh nein, ich bin fast tot Nicht sterben Peter Dank gesoffen und wegrennen Oh Gott Er trifft mich weiterhin Gibt's noch nicht Gut, wer ist in der Mitte? Gelb Gelb kommt Rot ist gelb In der Mitte Toddy kommt helfen Okay, wenn ich runter fliege dann auf jeden Fall Okay Toddy rennt zu gelb rüber Das ist unnötig Wieso da ist da noch einer Weil bei gelb Ja Und Er ist denn hier ein Camper Willst du mich verarschen? Okay, rot wird sterben Gut Wenn ihr das zuholt Rot gegenüber von uns Ja Ich hab dir aber alle drei auf einmal ausgeschaltet In meinem Bogen Also nicht auf einmal hintereinander halt Aber Oh Blau fokussierend Das sind wir, ne? Vor allen Dingen schreiben die das Öffentlich Weißt du, was ich meine? Die Dummköpfe, ey Hier kommt aber niemand Was machst du, Peter? So bei Rot Ja Warte, dann kill die mal die ganze Zeit gegenüber, ne? Nicht sterben, Fabi Oh Gott, Fabi Ich komme, warte Ist das dein Ernst? Hä? Wo sind die denn hier? Nein, ich bin in diesen Turm runtergeflogen Oh Gott Team Rot Komm Hä? Wie viel Wie viel schluckt der denn? Team Rot hat nur einen Ja, ich weiß, wo der ist Null Okay, ähm Auf jeden Fall wieder direkt in die Mitte rennen Ja Oder bist du in der Mitte? Ne, ich renne gerade in die Mitte Weil, äh, blau Nein, grün Wir sind blau Grün hat noch zwei Spieler Aber Nicht, dass die dann in der Mitte Sich noch Gold gesnackt haben Ich hab gerade alles Gold geholt Gut Ey, wer baut sich denn da hoch? Ne, die wollen wahrscheinlich von hinten zu uns Deswegen habe ich ihm Toddy gesagt Der soll unser Bett nochmal richtig zubauen Von oben Würde ich mal sagen Der ist ganz oben In der Mitte Ganz oben Und baut sich da hoch Halt Aber das ist kein Problem Für den MLG Pro 2.0 Jetzt hole ich mir auf jeden Fall erstmal einen besseren Bogen Shit Und ein besseres Schwert Also auf jeden Fall würde ich an eurer Stelle Oh shit, ich brenne Was ist los? Shit In Lava gefallen gerade eben deswegen So Ich dachte gerade, es wäre irgendwas passiert Das ist da mal raus Das sind wichtige Sachen von dem Ding Jetzt noch ein Gold Wir haben ja gerade ein bisschen viel Das Zeug kann nämlich da rein Mit der Kiste hier In der Endertruhe Nur gute Sachen von dem Ding Grün kommt von oben Weiß Ich habe den Bogen des Todes Wie die des Todes Das ist der Grüne Na ja Gut stimmt Grün auf jeden Fall Hast du den Tod Oben dem Ja, der ist Tod Der ist Tod, ja Der macht das Dreck kaputt da oben Ja, ich bin schon unten Also ich gehe jetzt auf jeden Fall zu Grün und stürme die Warte, ich komme jetzt Nein, warte, ich sollte das nicht ohne Stärken trennen Was ist Grün überhaupt? Linke Seite Hier, ne? Ich muss nochmal in unsere Base sowieso rennen Beziehungsweise ich renne mal in die Base vor ein Team Gelb war das Da liegt bestimmt noch was vor an Gold Dann könnte ich eventuell Dann könnte ich eventuell Grün, nein, das sind wir Mann, das ist ein Ernst, Fabi Ist das hier überhaupt Grün, wo ich hinrennen will? Keine Ahnung, ich denke schon Sicher Da war Gelb, da war Dings Doch hier muss drin sein Das ist auf jeden Fall linke Seite von uns Jaja, die sind hier Fabian kommt auch mit Ja, ich komme jetzt direkt auch Mit meinem Stärketrank Intus gleich Zack Oh, 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 Dings Bogen Ne, hier, wie heißt das Ich bin weg Du bist weg? Ja, ich bin durch so eine Trap gelaufen Fabian auch Kein Problem für mich Wenn ich habe einen Stärketrank Intus Egal, jetzt ist die Trap aber wenigstens weg Weißt du? Wie viel klickt der denn noch? Ich komme Die sind auf jeden Fall in der Base beide, ne? Dann kann keiner hinter Hals oder so Unser Bett oder so abwahren Was? Oh Gott, ich bräuchte hier für Stärkung Bist du in der Base drin und bei denen? Und bei denen vor der Base Ach, da bist du ja schon Der ist fast tot, der eine gewesen Ja, ich habe den aber auch schon vorne erwichtet Noch einen Schuss oder so Komm Der ist doch locker fast down Der Typ, der rennt gerade weg Der ist fast down Der braucht nur noch einen Schuss Oh Gott, Christina Ja, ich habe ihn nochmal getroffen Er ist down, er ist so gut wie down Der ist hinten Ich renne jetzt hin, ich renne jetzt hin Ich bin bei denen, ich bin bei denen Ja, ich bin auch bei denen Er ist tot, er ist tot, er ist tot Pass auf Schieß ihn oben ab Schieß ihn oben ab Schieß ihn oben ab Der ist egal Der obere ist nicht egal Der ist jetzt unten Geh auf den, geh auf den, geh auf den Ich habe Stärke drin Gut, er ist tot Äh, tötet sie Bett, 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 Bett Ich brauche mich hoch Einer läuft weg Ein grüner läuft weg Ein grüner läuft weg Kein Problem Das ist kein Problem Ich denke, die in der Mitte Fangen den ab GG Auf jeden Fall So, ich würde sagen Das war es auch schon mit einer Ich fand eigentlich ganz spannenden Runde Minecraft Mini-Spiele Bad Wars hier auf dem GOMHD-Server Und ich hoffe, es hat euch gefallen Ja, jetzt sind wir natürlich Wieder ganz schlecht Ist ja immer so, ne Ähm, die Mitspieler sind unten Verlinkt Und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao